so und herzlich willkommen zu einer folge titanfall 2 dies war ich der arne der malte der thomas und der elia zusammengespielt der elia ist aber irgendwie zum ende der folge noch rausgeflogen ich weiß nicht was da los war auf jeden fall erst am anfang noch dabei von der folge und er redet dann halt später auch noch mit uns weil verständlicherweise geht man nicht vom teamspeak wenn man einfach nur aus der runde fliegt deswegen ja ich habe wieder kraber gespielt das war jetzt ja die sind rund würde ich sagen also sie war jetzt nicht so ultra heftig in der folge ist auch eher nicht das gameplay so das aller heftigste sondern was wir die ganze zeit schon wieder gelabert haben schon wieder so einen richtigen scheiß ach und dass ich dem elia die ganze zeit die kills geklaut habe weil meine schüsse schneller geflogen sind als seine epg schüsse deswegen ich hoffe ihr habt viel spaß mit dem video und jetzt ja viel spaß mit dem video ich bin ja ich bin der einzige der kill hat deutsch kann ich der einzige der kill hat ich bin der einzige mit kill hat nein ich bin der einzige mit kill hat irgendwas ist bei mir auch falsch ich habe hier mit jemanden mit ari 45 gesniped ohne scheiß mit ari 45 gesniped ich bin jetzt einfach was für wörter die ich hier wieder wähle kann sagen ey yo lass den nee vergiss es was wolltest du gerade vorschlagen du leleck nee nix gutes oder was wollte nichts vorschlagen du wolltest was nachschlagen weil du keine mahnwollte ich du bist scheiße thomas headshot sogar du bist ja so gut tim ich bin so heftig moin ich bin mit der langsam oder war er habe ich vergessen das granat granat weil die scheiße schneller fliegt meine kugel fliege schneller als deine ja 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 bestimmt ich bin die lichtgeschwindigkeit weißt du wie schnell lichtgeschwindigkeit ist heißt dann das war 022 hat smart ist mit eine kreiber wieder komm her nein du kriegst meine kreiber nicht waffe doch okay wo bist du wir brauchen aber erst irgendwas was wir aufheben können kann man da ist einer mit nur einer ist tot der andere ist hier jedes jahr ja ja ist da noch einer hier neunsen ok da bist du ich verfehle ich verfehle ich habe noch welche auf fakt ich sehe es ein smart pistol sogar der holen sohn jetzt noch ein softball mensch ich bin zu dumm und ich wisse gar nicht ich wechsele jetzt eh zu schockern weil ich habe drohen nein diesmal diesmal liegen wir vorne leute die runde können wir gewinnen wie habe ich den nicht getroffen die treffe ich die leute nicht hier ist noch ein ronin ich habe schon wieder drei titans alter ja ich hätte ja auch gerne titan ja auch der ronin haut wieder ab zu seinen kollegen sein kollegas ab daran habe ich gerade gedacht oder echt jetzt ja wir haben so viel gemacht wir haben so viel gemeinsam ja wir sollen heiraten kurzen schwänze ok daran habe ich jetzt nicht gedacht aber nicht okay vielleicht doch ja ich ich bin doomed aber ich steige aus und dann mache ich den heftigsten übermäßigen überkopf schaut und klaut ihm jetzt einfach die batterie und er explodiert und ohne dass ich überhaupt die batterie gezogen habe was ein überkopf schaut ja ist nicht theoretisch jeder normale schuss den du abweißen überkopf schaut weil du die waffe dabei über deinem kopf hast also ich weiß ja nicht wo du deine waffe hast aber ich weiß auf die oberschenkel ach so ok ist das nicht normal wenn man die in den handen hält nein wo ist der typ ich kicke immer und während dem kick schieß ich einen schuss ab deswegen bin ich so scheiße ich habe eine schwanz kanone das glaube ich dir sogar hat meine schwanz muskeln angeschlossen so dass immer wenn ich die anspannen dass ich dann schießt das immer noch ein pilot für euch leute da ist er nein und da ist auch noch ein typ auf dem dach fernst du doppel doppel schnell kreiber schuss abgeben oh ja wenn ich meinen schwanz trainiert dann schauen ach da ist ja noch jemand oben oder was warum tötet den denn niemand leute weil der leckt ich hole mal meinen zweiten ja genau ich spaw nach dem ende was ist das eine scheiße ist das aber mehr nicht auf da ist ja ein monarch fuck mir wie habe ich den verfehlt ich probiere ich habe glaube ich in noch keiner online runde über gespielt ich glaube ich habe einmal über 8 kurz gespielt aber nicht das ganze match übel viele kills gemacht eine runde na das hat nämlich gestackt hat er hat doch hex mal wieder einfach spielen wieso die schön alle in einer ecke kommen der ist auch wieder dahinten dieser scheiß das auch immer das normal ich habe einen monarch nach aha heftig muss ich schon sagen würde ich auch gerne mal machen aber das kann ich leider nicht rennen ist bei mir nicht so der typ als ob das die ganze entkommen ist nein auf dem dach sind zwei monat sind natürlich die momentan das ein monarch und ein scorch ja aber finnisch ja hier so hast du es nicht früher gemacht sorry die runde ist scheiße ich hole jetzt halten so hart scheiß ist sie gar nicht der tim muss sich bloß mal anstrengen warum ihr echt team was soll denn der scheiß ihr müsst euch auch genauso anstrengen dem streng nicht jetzt an ich klatsch dich gleich aber der war doch leute ich hasse es ist so behindert auch fach sind sie alle schön scheiße es waren feind ja wie aber auch merkt ja du triffst doch eh nicht zu kack scorch tim es kommt eine zu dir jetzt stehe ich hier so im scheiß invest oder was ich habe mir den monarch da hinten ich möchte mal auch mal einen guten sachen haben hier wo ist denn mein titan wir haben einen titan auch leute ja dann töte den bitte ja ich weiß nicht wo der ist irgendwo hier hier sind auf jeden fall ganz viele piloten mit denen ich nicht da komme alter ich renne hier überall rum wo ist der letzte titan von denen ach die haben gar keinen mehr die haben keinen mehr deswegen sind hier so viele piloten gewesen dass einfach alle auf dem dach campen hier ist ein typ mit softball wir müssen uns jetzt alle mit titan aufs dach stellen wir liegen nur fünf punkte hinten nämlich aufs obwohl er doch konnte die haben keine teilen sie müssen auch einen abhalten dass die taten wir oder das ist einer von uns gewesen der ist hier hinten monat ich hänge hier in einem baum alter der ist hier unten ich hänge hier in dir weil du im baum gehangen hat ja nicht auf dir war es haben die wieder mehrere jetzt haben die zwei ein monat und einen ronan in den ronan steigt jetzt jemand ein er will abhauen nichts da natürlich nur hat er hat mich noch getroffen ist schön wo ist der andere da ans coach tag ich bin hier finde ich gar nicht gemütet keine ahnung wahrscheinlich aus versehen wieder ja hast du dich aus versehen ich weiß nicht ich vergesse irgendwie um mich zu entmuten ebenfalls wie kriegst du das nicht mit da kommt doch eine stimme ja mikrofon mutet grundsätzlich nein bei mir nicht wort ja bei mir auch nicht aber ich hab's ausgemacht ich bekomme das ja nicht mit wenn ich schon gemütet bin so ich vermute mich nicht aus versehen ich vergesse mich zu entmuten verliert ihr gerade was ist das denn gewesen alter wir haben ganz viel kämpft leute wir haben so gut aufgeholt ne alter eva8 ist ja mal dreck da spiele ich lieber mastiff mit mastiff haben sie alle titans alter das ist immer noch ein spiel aber die heißen piloten hier wenn du von titan redest oder piloten der ist genau reingelaufen perfekt weil titan sind auch spiel wir verlieren die ganze zeit fällt dir früh auftauchen so text ich habe vorher super mario musik in beat ca vergespiet aha und du warst reich nein in beat Roger bin ich tatsächlich mal gut Okay, wir müssen zu Tim und dann sehen wir das. Nein, mein Zeug geht nicht. Wieso? Ging das nicht jetzt zwischendurch wieder? Nö. Dann kommt alle zu mir. Mein Zimmer ist zwar zu klein für sechs Leute, aber... Traurig. Ja nein, Edelstein kommt nicht. Sein Zimmer an sich schon eigentlich. Edelstein hat eine größte Wohnung. Ich hab größte, ich bin krasser Mann, Mensch. Oder das größte Haus, besser gesagt. Hm, eh, eh, ja. Wo sind die Titans von denen noch? Die haben noch einen wieder. Wo sind die denn? Die haben keinen mehr. Ja. Scheiße, wir müssen schön alle mit Nuklearausstieg in das Schiff rein. Also erstens hab ich keinen Nuklearausstieg ausgerüstet. Zweitens hab ich keinen Titan. Lappen. Denn einfach ausstiegen. So, Titan hochladen. Hab ich gerade gesagt, ich hab keinen Titan, oder hab ich gerade gesagt, ich hab keinen Titan? Ja, du leid halt nicht, weil du bist scheiße. Ich hab auch keinen Titan mehr. Da ist ein Scorch hier hinten. Da kommt ein Scorch, Leute, den müsst ihr abfangen. Naja. Ich geh ins Schiff. Nein, ich will nicht auf den Titan, ich will ins Schiff. Ja, wir sind entkommen. Hab ich jetzt gerade durchsichert. Wir sind alle entkommen. 20 Kills, 6 Titan Kills. Ja, dafür, dass ich wieder mit Craybour und so gespielt hab. Elfes.